Hallo Leute, willkommen zur Woche 2 von den Couch Sheller Aufträgen. Wir müssen Spray aktivieren auf der Map. Kein Problem sein, einfach mal Spray hier aktivieren. Dann haben wir schon mal eine Aufgabe und jetzt kommt das mit den Fireworks oder mit dem brennenden Feuerwerk ab. Das ist hier in-game, ist ein Timer hier auf dieser Tafel mit einem Feuerwerk. Feuerwerk-Show in so vielen Sekunden. Kommt jetzt. Wir haben hier eine kleine Stole. Da. Und ja, fertig. Das war es schon. Eigentlich war vorgesehen, dass man wirklich dreimal 15 Minuten warten muss, aber anscheinend nicht. Also haben wir es dann trotzdem abgeschlossen. Also heißt 15 Minuten auf der Map, kurz bleiben. Und dann mit der, weiß ich nicht, mit der Pistole mal dreimal schießen oder alles, keine Ahnung. Und dann haben wir ja schon das Feuerwerk beendet. Ja, sehr nice. Damit haben wir auch alle Aufgaben abgeschlossen. So. Dann geht es mal kurz zurück, gucken wir uns mal an, ob wir da haben. Natürlich wird mir das nicht direkt angezeigt, aber es wird mir angezeigt in den hier. Das ist dieses Spray. DJ Cactus. Und das ist eine Musik. Sieh in den Himmel. Wahrscheinlich hat eine Copyright-Musik. Ich denke mal, das ist die Musik von der Insel. Ja. Kann man ja mitnehmen, ne? Warum nicht? Ja. Ich denke mal, das ist die Musik von der Insel. Ich denke mal, das ist die Musik von der Insel. Ich denke mal, das ist die Musik von der Insel.